Das Häschen aus dem Hut zaubern, ein Klassiker in jeder Zaubershow, auch im Friedrichsbau Varieté. Und wenn man es noch spektakulärer möchte, dann gibt es natürlich noch die Großillusion. Das sieht dann ungefähr so aus. Bunny Sascha Berby aus der Ukraine. Ob zauberhafte Artistik oder mit Witz gewürzte Illusionen, das neue Programm im Friedrichsbau Varieté bietet magische Klaunerien aus aller Welt. Gaetan Blum ist ein kauderwelschender Franzose mit schrägem Humor. Und das kanadische Duo Strange Comedy zeigt seltsame Kunststücke. Der Magic Star dieses Abends aber ist Kevin James aus Las Vegas. Jungfrauen zersägen sieht bei ihm so aus. Einfach verblüffend. Das neue Programm Magic Deluxe. Zu sehen bis 9. April im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart. Die Karten zwischen 20 und 35 Euro gibt's unter Telefon 07 11 225 70 70.